Hallo Freunde vom Kanal PVBOK, grüßt euch, servus, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und hier kommt mal wieder ein Video mit Gewitter und mit Blitzen aufgenommen mit der Hilfe von verschiedenen Webcams. Einmal ist es ein Gewitter im Bereich von Danzig, dann kommen zwei Videoschnipsel, die sind an der West- und Ostküste von Italien aufgenommen worden mit Hilfe von einer Webcam und ganz zum Schluss kommt ein kleines Videoschnipsel, welches ich mit meiner Handy-Videocam aufgenommen habe aus meinem Dachfenster und da seht ihr auch ganz schöne hübsche Blitze. Ansonsten würde ich sagen, streckt die Beine aus, Kopfhörer aufsetzen und lasst euch die Musik durch die Ohren durchdröhnen, bis euch das Gehirn rausfetzt und dann wünsche ich euch viel Spaß mit diesem Gewitter-Video und tschüss liebe Leute, macht's gut, euer PVBOK. bis euch das Video Deine Hübsche Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018